Jerusalem, das war auch damals schon für alle Juden ein besonderer Name. Jerusalem, die Hauptstadt des Volkes Israel. Eine besondere Hauptstadt. Dort stand der königliche Palast, dort stand der Tempel. Dort konnte man Gott, seine Opfer bringen. Darum zogen Menschen von nah und fern zum großen Passerfest in die Stadt. Sie sangen die Lieder Davids, wenn sie durch die Tore in die Stadt einzogen. Alle, die zum Fest in die Stadt kamen, wussten, dass sie zueinander gehörten. Zueinander und zu Gott. Wie eine große Familie. So hatte man es immer gehalten. So war es auch in der Zeit, als die Römer über das Land herrschten. Jesus war, wie viele anderen, auf dem Weg nach Jerusalem. Doch er kam anders, als viele es erwartet hatten. Bevor er das Dorf Bethphage am Ölberg kurz vor Jerusalem erreichte, sagte er zu zwei von seinen Freunden, Geht schon mal voraus. Wenn ihr im Dorf ankommt, werdet ihr dort einen jungen Esel finden. Der ist vor einem Hauseingang angebunden. Bindet ihn los und bringt ihn mir. Wenn euch jemand aufhalten will, sagt ihm, Der Herr braucht den Esel. Die beiden gingen hin und taten alles, was Jesus ihnen gesagt hatte. Sie fanden den jungen Esel. Als sie ihn gerade losbinden wollten, fragten einige Dorfbewohner, Was macht ihr denn da? Ihr könnt doch nicht einfach den Esel mitnehmen. Der Herr braucht ihn, antworteten sie. Daraufhin konnten sie das Tier ohne weiteres mitnehmen. Sie legten einige Mäntel auf seinen Rücken. Dann brachten sie den Esel zu Jesus und der setzte sich darauf. Die Menschen, die nach Jerusalem wollten, erkannten Jesus. Sie drängten sich um ihn. Sie brachen Zweige von den Bäumen und winkten ihm damit zu. Sie legten ihre Umhänge vor ihm auf den Weg. So zog Jesus fast wie ein König in die Stadt ein. Die Menschen sangen und jubelten ihm zu. Gepriesen sei Jesus. Er kommt im Namen Gottes. Gepriesen sei der Sohn Davids. Hosianna. Hosianna bedeutet, segne uns und rette uns jetzt. Bald war die ganze Stadt in Aufruhr. Scheinbar war fast jeder in Jerusalem auf den Beinen, um Jesus zu begrüßen. Nur einige Pharisäer blieben davon unbeeindruckt. Sie riefen Jesus zu. Sag deinen Freunden, sie sollen nicht so schreien. Aber Jesus antwortete, wenn sie schweigen, würden die Steine vor Freude schreien. Bis zum nächsten Mal. modeled対 Vielen Dank.